Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, in diesem Video stelle ich euch ein neues Spiel vor, was schlimmer ist als Alt-F4. Also bleibt dran und viel Spaß mit den Highlights. So Leute, im Spiel angekommen. Das Spiel nennt sich erstmal Control-Alt-Repeat. Und es erscheint am 17.11.23 und mir wurde schon vor den Entwicklern ein Key zur Verfügung gestellt. Deswegen dickes Dankeschön an die Entwickler. Und ja, es gibt einmal Singleplayer, wie ihr sehen könnt, und Multiplayer. Und ja, so Leute, ich zeige euch mal das erste Level und könnt ihr euch mal ein Bild machen. Und das Coole daran ist, man sieht immer hier, was man machen muss. Zum Beispiel hier steht, man muss immer auf Space klicken, also Leiterste. Und da müsst ihr halt abschätzen ungefähr, wie ihr springen müsst. Und die Steuerung ist relativ cool gemacht, mit der linken Left-Shift-Taste. Dann wird man schneller quasi und kann halt sprinten. Und wenn man das wieder klickt, dann läuft man ganz wieder normal. Und ja, jetzt seht ihr, okay, ich bin jetzt ein bisschen zu schnell gelaufen. Deswegen machen wir das mal wieder raus. Und man muss das halt wirklich gut uptimen, den Sprung, so wie bei Alt-F4. Und ja, das wäre das erste Level. Also, ich werde euch jetzt am besten Stream-Highlights anblenden. Und dann könnt ihr euch ja ein Bild machen, wie das Spiel im Grunde aufgebaut ist. Mit schwerer Gehrenerung, also viel Spaß mit den Highlights. Okay. Okay, aber wie soll ich jetzt da weit springen? Ich werde hier verkacken. Ich werde so verkacken, man. Oh mein Gott, war das close. Okay. Oh mein Gott, let's go! Das war eine harte Geburt, Alter. Holy shit. Okay, ich werde mal ein bisschen mehr außen. Oh. Oh. Okay, okay, okay. Die werden ja immer schmaler und schmaler, die Kacke. Ich werde jetzt einen Weitsprung machen. Ja. Let's go, endlich, Mann. Geil, die Sache. Der Ehrgeiz ist halt da, das zu schaffen. Wisst ihr, was ich meine? Okay, nice. Let's go, endlich haben wir das geschafft. Der Ehrgeiz ist halt da, das zu schaffen. Geil. Ich habe auch alles auf high gestellt, Chat. Die Grafik ist geil. Oh mein Gott. Let's go. Okay. Okay, 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 okay. Bitte, 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 gönnen. Oh mein Gott. Und jetzt das hier. So. Da. Ich glaube, ich muss mit Ansprung, oder? Bitte. Bitte, ich will nur das schaffen, Alter. Oh mein Gott. Okay, Chat. Seid ihr ready? Are you ready, Chat? Gön, 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 gön. Are you ready, Chat? Ah, ich kann drauf nicht, ich schwöre. Okay. Okay, okay, okay. 3, 2, 1, Lego. Oh mein Gott, Digga. Let's go. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht Abonnenten meines Kanals seid. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und kommentiert unter dem Video, wie euch das Spiel Control-Alt-Repeat gefällt. Und würdet ihr euch das Spiel holen? Ja oder nein? Also schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich versuche, ein paar Keys zu verlosen. Ich würde versuchen, ein paar Keys zu klären. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal. Und ja, ich bin dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.